Tipp Nummer 27. Stützunterschriften auf der Wahlvorschlagsliste werden nachträglich gestrichen. Was bedeutet das? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Eins vorab. Stützunterschriften, die braucht es überhaupt erst nur, wenn Sie in einem Betrieb mit mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern arbeiten. Sonst stellt sich das Problem, um das es in diesem Video nun gehen soll, überhaupt nicht. Wollte nur bis zu 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer? Da sind keine Stützunterschriften nötig. Und damit zu dem Fall, um den es in diesem Video gehen soll. Sollte es in Ihrem Betrieb, in dem nun mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer arbeiten, dazu kommen, dass Stützunterschriften nach Einreichung des Wahlvorschlags doch noch nachträglich zu streichen sind, dann muss man unterscheiden. Sind nach der Streichung der einen oder anderen Stützunterschriften immer noch genügend Stützunterschriften vorhanden, dann bleibt der Wahlvorschlag gültig. Anders aber, wenn infolge der Streichung der Stützunterschriften die nötige Zahl an Stützunterschriften nicht mehr erreicht ist. Was dann? In diesem Fall denken Sie bitte als Wahlvorstand an § 8 Absatz 2 Nr. 3 der Wahlordnung. Denn aus der Vorschrift geht hervor, dass der Wahlvorstand bei einer durch die Streichung entstandenen zu geringen Zahl an Stützunterschriften exakt diesen Mangel gegenüber dem Listenvertreter zu beanstanden hat. Ferner hat der Wahlvorstand für die Mängelbeseitigung eine Frist von, Achtung wichtig, drei Arbeitstagen, nicht drei Kalendertage, zu setzen. Und nochmals Achtung, diese Frist gilt nur für das normale Wahlverfahren. Beim sogenannten vereinfachten Wahlverfahren muss der Mangel innerhalb anderer Fristen beseitigt werden. Und die sind zudem nochmals unterschiedlich. Nämlich je nachdem, ob es sich um das vereinfacht einstufige oder um das vereinfacht zweistufige Wahlverfahren handelt. Tja, und jetzt zu den Folgen. Wird dann der Mangel fristgerecht beseitigt, also eine entsprechende Stützunterschrift nachgeliefert, ist alles gut. Geschieht das aber nicht, dann ist der Wahlvorschlag nachträglich ungültig geworden. Der Wahlvorschlag nimmt nicht mehr an der Betriebsratswahl teil. Die Kandidaten des Wahlvorschlags können und dürfen also nicht gewählt werden. Und damit dieser Wahlspruch für dieses Mal. Die Nachbesserungsfrist ist rum und man hat es gestrichen voll. Also die Unterschrift ist vom Wahlvorschlag gestrichen und trotzdem langt es jetzt doch noch voll. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie wollen, dann liken Sie doch dieses Video. Danke sehr.